Die Welt will wissen, wo ist Arthur McIntosh jetzt? Hallo auch, meine lieben Videobandwürmchen. Seid ihr auf der Suche nach einer schaurig schönen Nacht? Einem Ausflug in dunkle Gefilde? Hey, das bekommt ihr hier bei mir. Leider endet ihr dafür als Inventar in dieser schwarz-weißen Hölle, die ich jetzt Heimat nenne. Was soll's? Diese Nacht dürfte wohl unvergesslich werden. Hm, also ich muss schon sagen, ich wollte ja ein Teil von einem von Willards Filmen sein, aber doch nicht für immer. Herr Jell, sagt man als Frau einmal nicht direkt, nein, und schon sucht er den Bund fürs Leben. Was stimmt nicht mit den Männern im Jenseits? Es ist schrecklich, diesen Film wieder und wieder zu sehen. Aber mit euch hier habe ich ein paar Ideen, die für deutlich mehr Abwechslung sorgen werden. Im Ernst, das alte Skript hat mich total aufgerieben. Und dabei habe ich gegen ein bisschen Reiben eigentlich gar nichts einzuwenden. Ich weiß auch nicht, wie ich immer auf sowas komme. Also, was sagt ihr? Bereiten wir dem kleinen Willi ein paar unangenehme Träume. Oh Mann, wer hat die Farben ausgeschaltet? Ist das eine Fangfrage? Willard! Bingo! Verblüffende Wendung! Verblüffende Wendung!